Guten Morgen, Punkt 7 Uhr. Der Test heute heißt Super Eco. Oder auch Frank will's wissen. Wie sparsam kann man mit dem neuen Opel Ampera E fahren? Heute kriegen wir es raus. Guten Morgen im Opel Ampera. Ich muss noch kurz hier das Mikrofon anschließen. Heute muss ich mal meinen dicken Kürtel anhaben. Ton da, okay. Ja, schönen guten Morgen. Warum muss ich meinen dicken Kürtel anhaben? Weil halt super Öko-Test ist. Bremse drücken, Start. So, wir müssen noch hier kurz mal meine Route angucken. Als allererstes mal die gesamte Klimaanlage ausschalten. So, Sitzheizung mache ich aber an auf 3. Zeige mir mal weitere Routen. Ich muss ja jetzt quer durch die Pampa fahren. Ne, annähernd sowas vielleicht. Aber ich ändere das noch. Und los geht's. Ja, ich sage euch, dieses Auto hat keinen Vampir. 247 Kilometer jetzt hier. So um die 75 Prozent. Super. Also über Nacht kein Verlust durch Vampire, durch Elektro-Vampire. Das ist, finde ich gut. So, ich hoffe, das raschelt jetzt nicht zu arg hier, weil ich meine Rascheljacke anhabe. Energie. Wir müssen mal hier drauf und mal resetten. So, leider diese Anzeige resettet sich nur, wenn ich vollgetankt habe. Das muss ich unbedingt mal machen. Vollgeladen habe, Verbrauchsstatistik. So. Und hier drüben haben wir auch noch den Verbrauch von gestern. 100 Kilometer gefahren. 18,6. Das war die Fahrt nach Stuttgart übrigens. Nicht schlecht. Aber Reset. So, 15,9 sagt er selber, wäre sein Normverbrauch. Okay. Ich würde sagen, wir fahren mal los. Ähm, also Umwelt, 5 Grad Außentemperatur. Ich habe nichts vorgeheizt im Auto. Ähm, jetzt habe ich hier die Sitzheizung an. Auf Stufe 3. Sonst nix. Ich habe euch extra mal den unteren Teil hier eingeblendet, damit ihr heute mal alles seht. Viel weiter geht meine Kamera nicht zurück vom Winkel. So. Okay, ich mache mal kurz die Lenkradheizung an. Lenkrad ist auch ein bisschen kühl. Und dann fahren wir möglichst stromsparend zur Arbeit. Das ist jetzt die Übung, die super Ökostrecke sozusagen. Die geht quer durch die Landschaft. Und ich versuche möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Aber kein Verkehrshindernis zu sein. So, ich habe jetzt hier mir angewöhnt, innerorts den L-Modus zu nehmen, der ja stärker rekuperiert. Da kann man One-Puddle-Driving machen, muss man nicht mehr ständig noch aufs Strompedal, äh, aufs Bremspedal drücken. Obwohl, Tritt aus Bremspedal rekuperiert ja bei dem Auto genauso positiv wie bei anderen neueren Autos. Deshalb ist das gar nicht so schlimm. Ich kann auch noch mit diesem Pedal hier links am Lenkrad, hinterm Lenkrad, kann ich auch rekuperieren. Mir ist diese L-Stufe da lieber. Kann jeder aber sehen, wie er will. Ist ja auch in jedem Auto irgendwie anders gelöst. Tschüss, Tankstelle übrigens. Ich habe mich noch gar nicht von meinem Tankpächter hier verabschiedet. Ich wollte eigentlich mal mit einem Elektroauto dann vorfahren und sagen, so, ich komme nicht mehr. Habe aber immer Angst, dass ich mit irgendeinem anderen Benziner dann doch mal da tanken muss. Dass er dann sagt, da bist du ja wieder. Oder Ende Diesel hätte ich ihm sagen sollen oder irgend sowas zumindest. Na gut. Ja, etwas dreckige Scheibe hier. Ich habe Wischwasser eingefüllt, wie ihr seht. Es war gar keins drin. Jetzt weiß ich nicht, ob die das leer gemacht hatten bei der Überführungsfahrt oder ob sie noch nie was eingefüllt hatten. So neu ist das Auto. 3.722 Kilometer. Ja. Super Öko, wo fahre ich lang? CarPlay. Ich fahre hier eigentlich zwischendurch. Das stimmt gar nicht. Ich fahre jetzt hier gleich abweichend. Wirklich mal die kürzeste Strecke sozusagen. Ich hätte hier jetzt irgendwie als Option Autobahnen in Maiden reinmachen sollen. Habe ich jetzt aber nicht. Na gut. Ja, ich kriege die Option da in der Karten-App dann meist nicht mehr raus. So, Lenkradheizung aus. Wieder ein Verbraucher aus. Wir beobachten das hier. Im Moment ist unser Durchschnitt bei 16,1. Sensationell. Ja, wir kommen außerorts. Hier ist die 70er-Begrenzung. Ich fahre auch mal die 70. Set. Ich fahre nicht 70, ich fahre 74. Schlecht. So. Ich weiß nicht, ob der Rückspiegel die Autos eher näher anzeigt oder ob die auf mich auffahren. Ihr kennt das wohl auch, wenn hier so 70 steht und du fährst 70, dann fahren die Leute immer auf dich drauf. Und wenn da 50 steht und du fährst 50, dann merken wollen sie das auch nicht. Ah, hier ist übrigens mein Opel-Händler links. Hommage an meinen Opel-Händler. Vielen Dank. Wir hatten gestern nämlich Ausfall von diesem Display hier. Das Carplay ging noch, aber das andere Zeug ging nicht mehr. Vor allem die Tasten hier nicht. Die waren alle komplett weg. Und dann dachte ich, boah, irgendwas kaputt gegangen. Mercedes getarnte Probewagen. Ich glaube, war keiner von den neuen IQs. Aber die fahren jetzt hier verdächtig viele Autos gerade rum. Also, Display war komplett ausgefallen. Und dann habe ich mir schon als erstes so gedacht, irgendeine Sicherung ist durchgebrannt. Weil ich hatte nämlich CCS eingesteckt und blub, war das Display hier dunkel. Da drüben ging noch alles. Komischerweise ging die ganze Steuerung aber auch noch. Ich konnte noch hier drehen und es wurde kälter oder wärmer. Hat alles noch funktioniert. Aber die Tasten haben mir gefehlt. Ich konnte da nicht auf irgendeinem anderen Screen wechseln. Ich konnte ja auch drücken, ewig ging nichts. Ich weiß nicht, wie so ein Reset ist von dem System dahinter, wie man das macht. Dann habe ich das iPhone angeschlossen und das Carplay kam noch, genau wie hier. Also, die Übersicht kam. Und auch die Karten gingen noch. Das war noch sehr seltsam. So etwas habe ich noch gar nicht gesehen. Deshalb war dann der Verdacht, dass irgendein Steuercomputer dahinter kaputt war und gar nicht, oder ausgefallen war und gar nicht das Display selber. Also, Sicherungskasten angeguckt. Tausende von Sicherungen und zwei, eine nennt sich Display 1, die andere Display 2. So, jetzt habe ich gedacht, die ist durchgebrannt. Habe aber nichts genau gesehen. War alles duscher da in dem Sicherungsloch. Bin also zu meinem Opel-Händler auf der Rückfahrt, in der Hoffnung, dass er dann auch so eine Sicherung hat. Und der war natürlich super erfreut, weil er hat noch nie eine Ampere-E gesehen. Haben wir also gleich eine Probefahrt gemacht. Nein, vorher haben wir das Problem gelöst, indem man nämlich diese beiden besagten Sicherungen mal rausgezogen hat. Und wieder rein und es hat sich nichts verändert. Und dann haben wir aber gesagt, Moment mal, jetzt war er ja kurz stromlos. Dann haben wir es nochmal eingeschaltet und tatsächlich, dann ging es wieder. Also, wir haben irgendwie durch Sicherung raus, komplett stromlos machen von dem Teil, das geresettet. Kann natürlich nicht die Lösung sein. Ich habe schon gehört, dass beim Alter Ampere musste man auch bei bestimmten Situationen mal die 12-Volt-Batterie abklemmen. So, außerorts fahre ich mal D. Und im Grunde haben wir das ja hier jetzt auch gemacht, dass wir die Batterie abgeklemmt haben, kurz von dem System. Und dann wieder ging es auch wieder. Jetzt funktioniert es wieder wunderbar. Ich muss es mal beobachten. Heute Nachmittag auch nochmal CCS laden. Also, es war so eingesteckt am CCS. Angemacht, das Auto. Und dann kam das Display nicht mehr hoch. Ach, seltsam. Also, wenn jemand weiß, wie man hier irgendwelche Tastenkombinationen drücken muss, beim Einschalten oder wie auch immer, dass sich diese Computer dahinter booten, dann mir bitte sagen. Ja, der Golffahrer hinter mir hat irgendein Problem, obwohl da jetzt hier 50 ist und da auch eine Radarfalle. Ich habe immer das Gefühl, die Leute mögen E-Autos nicht. Oder Leute, die sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Ach, seltsam. Also, innerorts 50. Wir fahren 50. Innerorts 50 zeigt er uns übrigens nicht an. Er zeigt das Innerortszeichen. Aber Erkennung von innerorts, außerorts Verkehrsschildern, also Geschwindigkeitsbegrenzungen, Beschränkungen ist einwandfrei. Meiner Meinung nach auch mit Kamera, weil er nämlich Baustellenschilder eigentlich auch gut erkennt. Andere Schilder allerdings nicht. Also, Kombischilder weiß ich jetzt nicht. Habe ich noch nicht getestet oder genau gesehen. Finde ich aber gut. So, bleibt, wo ihr seid. Wie ist heute der Fahrstil von den Kollegen hier? Gut. Also, gestern hatte ich irgendwie... Wollten sie mich immer rammen? So. Also, wir fahren hier quer durch. Erkennt er rote Ampeln? Ja, er erkennt rote Ampeln. Nein, ich habe jetzt selber gebremst. Völlig ausgeschlossen. Nein, stimmt gar nicht. GM hat ja das Auto als Full Autonomous in Betrieb. Und ich glaube, da erkennt er Ampeln schon, ne? Ich weiß gar nicht. Also, Testwagen. Ne, die haben eine Flotte sogar. Ich glaube, 100, 200 Autos haben sie doch mal umgerüstet von den Bowls. So als alleinfahrende Self-Driving-Cars. So ein bisschen flottenmäßig. Das ist natürlich lächerlich gegenüber der Riesenflotte von Tesla. Aber man muss ja Daten sammeln. Also, das ist genau das, was man machen muss. Es nützt nicht, ein einziges Auto zu haben, was autonom durch die Stadt fahren kann. Du brauchst eine ganze Batterie davon, damit du diese Daten bekommst, wie das funktioniert. Also, das finde ich ja super intelligenter Ansatz. Zu sagen, ich überlege nicht vorher, wie so ein Roboter-Car funktionieren muss und programmiere das rein. Nein, die mache ich in so eine selbstlernende Intelligenz. Und dann beobachten die praktisch, wie reale Fahrer fahren und wie Situationen sind und so. Und dann entsprechend programmieren sie sich selber. Und wenn man das falsch macht, programmieren sie sich als Raudi. Ja, keine Ahnung. Also, eigentlich müsste die Fahrer, wenn sie diesen Roboter anlernen, müssten sie ja auch ordentlich sich benehmen im Straßenverkehr. Ich weiß nicht, wie das noch kommt. Oder wenn jetzt Leute immer so knapp durch die Kurve fahren, dann fahren die Roboter-Autos nachher auch knapp durch die Kurve oder Illidial-Linie. Keine Ahnung. Ja. Ist mir kalt? Ja, mir ist kalt. Hier sieht man jetzt die Außentemperatur nicht. Die sieht man nämlich nur hier, habe ich gesehen. Da 5 Grad. Wir müssen geradeaus fahren. Ich bin jetzt hier etwas irritiert, wo ich fahre. Ich fahre da quer durch. Also, nochmal Display an. Naja, ist jetzt immer noch drauf, dass ich wieder zurück zur Autobahn fahren sollte. Das mache ich nicht. Nächste Stadt, die hier kommt, ist Kirchheim-Tech. Hier vorne ist auch ein Opel-Händler. Das ist der Opel-Händler, der mir mehrmals seinen ersten Ampere ausgeliehen hat, wo ich auch den zum ersten Mal hier, mein erstes E-Auto, gesehen habe. Und dann auch gefahren bin. Wenn wir jetzt ganz leise sind, hören wir das Fußgängergeräusch. Das kann ich auch ausmachen. Achtet mal drauf. Weg. Ja. Ist ein bisschen umständlich auszuschalten hier. Geht auch schon wieder an. Das verstehe ich auch nicht. Das resettet sich immer so doof. Na gut. Erneuter Versuch. Ich muss es irgendwie zweimal machen. Jetzt ist es wieder aus. Was ist denn das? Ich glaube, er hat irgendwie ein Problem, zwischen diesen zwei Screens da umzuschalten. Also geht er das jetzt? Ist es wieder hier drin, ist es wieder an. Komisch. Also gut. Dieser Opel-Händler hier drüben geht ihm inzwischen nicht mehr so gut. Ganz wenig Autos stehen da. Der hat noch eine zweite Niederlassung. Na ja, das sind jetzt zwei Opel-Händler ja auch hintereinander hier. Der hat den alten Ampere gehabt. Den ersten Ampere mit dem Range Extender, muss man ja ganz deutlich sagen, ist kein Plug-in-Hybrid oder sowas. Das Auto, was ich weiterhin ganz, ganz toll finde, weil es sehr futuristisch war, hatte leider das Problem, dass hier in einem Mitteltunnel der Batterie verbaut war und deshalb hinten nur zwei Leute sitzen konnten. Da war total sportwagenmäßig aufgebaut. Hey, guckt mal auf unseren Durchschnittsverbrauch. Acht Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wow, so fahre ich in die Arbeit, hey. Acht Kilowattstunden. Ist ja super. Sechs Kilometer gefahren. Ich stehe ja auch die ganze Zeit. Aber was ist das hier jetzt? Heizung komplett aus. Kompletti aus hier. Alles aus. Und schon habe ich einen super Verbrauch. Oh oh. Jetzt gucken wir mal, wie es weiter sich entwickelt. Also, Ampera 1. Super Auto. Habe ich mir damals ausgeliehen mal an einem Samstag. War voll begeistert. Das sind meine ersten Videos, glaube ich, gewesen so mitfahren in irgendeinem Auto. Kann ich mal verlinken, wenn ich es schaffe. Danach habe ich mir das noch zwei, dreimal, glaube ich, bei ihm ausgeliehen. Auch, um nach Stuttgart reinzufahren. Feinstaub-Test sozusagen. Ich hatte es von einem anderen Händler auch nochmal, zweimal, glaube ich, den Ampera ausgeliehen. Und, ja, ich muss sagen, ich war eigentlich von dem Auto echt oder bin immer noch von dem Auto sehr begeistert. Und deshalb habe ich auch so gedacht, dieser richtige Ampera E hier, der hier, das ist die Zukunft. Warum wollen die alle hier raus? Ist da irgendein Problem auf der Straße? Weiß ich nicht. Sehe ich jetzt hier nicht so richtig. Ich fahre trotzdem hier rum. Oder wollen die hier raus, weil die hier raus wollen? Das ist mir jetzt unklar. Eigentlich sehe ich hier keinen Stau. Komisch. Wir fahren mal hier rum. Das ist immer überall. Hier, dichter Verkehr. Die wollen alle auch nicht da. Ich muss jetzt ein Stück fahren und da vorne dann den Berg hoch, quer durch die Pampa. Hier so. Also die Stationen sind, wer sich auskennt, wir sind jetzt Kirchheim-Tech. Wir fahren dann nach Wernau, dann Plochingen, nicht ganz, auf die B10. Beziehungsweise daneben lang wahrscheinlich. Und dann kommen wir von hinterher so. Es ist so fast Ideallinie, nicht ganz. Und hier ist auch eine 70er. Da kann man also gut Strom sparen. Nirgendwo fahren wir schnell. Vielleicht mal maximal 100. Nee, eher 80. Gleiten wir dahin. Hände werden mehr kalt. Hände kalt kann man was dagegen machen. Nochmal Lenkradheizung an. Und ihr seht hier, schon sind wir wieder bei 50. Auch hier ist eine Radderfalle. Ich weiß nicht, ob die, habe ich noch nie gesehen, dass die jemals geblitzt hat. Aber als Warnung ist hier eine. Ja, Radarfallen-Warnung habe ich jetzt hier nicht. Wir hatten ja neulich ein Auto, den Hyundai Ioniq. Der hat immer kurz so blub blub gemacht, irgendwie so ein komisches Geräusch gemacht, vor der Radarfalle, um einen zu warnen. Die konnten wir dann ja sogar hier von Hand, ich sehe eine Radarfalle, programmieren für die anderen. Dann kannst du überlegen, wie wir fahren. Wir fahren hier lang. Wir fahren die Autopilotstrecke, die ich mit dem Model S neulich gefahren bin, um euch zu zeigen, dass der Autopilot funktioniert. Die war nämlich super einprogrammiert. Die Strecke fahren wir jetzt gerade hier, merke ich. Okay, so die Querdurchstrecke. Navi hat es noch nicht gemerkt. Will immer noch zurück zur Autobahn. Ich habe irgendwie keine Ahnung, wie ich hier, während er fährt, irgendwie diese Optionen ändere. Geht das überhaupt? Kann ich nicht. Ich kann hier irgendwie das hier ausschalten, dass er mir da keine Wegführung macht, so. Aber sonst kann ich nichts programmieren hier irgendwie, ich weiß nicht. Na gut, er will immer, dass ich zurückfahre, das will ich nicht. Also machen wir uns die Übersicht. Mit dem einen Ausschalten von dem Ton funktioniert jetzt wenigstens besser. Da hatte ich auch mal in einem anderen Auto auch Schwierigkeiten. Das war auch der Ioniq, glaube ich. Da hat er immer noch zwischendrin trotzdem den Ton gebracht, obwohl ich den Ton aus hatte. Ich dachte, aber das ist dann eher ein Apple-Problem. Ja, jetzt geht es langsam so ein bisschen den Berg hoch. 8,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist natürlich phänomenal. Ich habe weiterhin die Sitzheizung auf 3. Geht so halbwegs. Weil wir haben ja nur 5 Grad Außentemperatur. Vermutlich auch 5 Grad Innentemperatur. Da gibt es, glaube ich, keine Innentemperaturanzeige. Weiß nicht, ob es der App eine gibt. Ne, glaube ich auch nicht. So, jetzt ist hier um 50. Ich könnte mal ein Reset machen. Wieso soll ich lenken? Ja, ich will doch lenken. 70er könnte ich hier fahren. Mache ich auch mal. Obwohl 70 den Berg hoch hier ganz schön schnell ist. Um nämlich länge Kurven. Und wir fahren mal im D-Modus, falls wir ein bisschen mehr segeln müssen. Ich habe mich gleich rekuperiert. Ja, es ist ein bisschen Berg und Tal hier. Nicht ganz ideal. Wir fahren jetzt hier kurz den Berg hoch und hinten gleich wieder runter. Hinter mir ist keiner. Seltsam, dass dieser Tempomat hier nur in zweier Stufen vorwärts geht. Ich hätte ja immer gern ein paar Stufen vorwärts, um jetzt hier jetzt 50 in die Fafi zu stellen. Aber selber fahren, ne? Wir können ja auch selber fahren. Fun. Oh, fun. Das ist hier mein Spurhalteassistent, den kann ich auch mal ausschalten. Den brauche ich auch nicht. Energiesparen, was geht. Ja, Energie. Oh, die Energiebilanz. Hier ist die Energiebilanz. Moment. Super. Ja, das andere reagiert natürlich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das da reagiert. Das ist, glaube ich, das Auto nur auf Vollladung. Nein, das funktioniert alles hier nicht. Ne, ne. Also das Einzige, was ich euch anbieten kann, ist dieses da hier. So, und jetzt fahren wir etwas, ne, wir fahren nicht. Wir rollen etwas den Berg runter. Möglichst im Segelmodus. Ich kupple aber nicht aus hier drin. Das habe ich nicht probiert, ob das überhaupt geht. Also die Hauskuppel leider segeln mit dem Model S. Lieber nicht. Ne, da. Ist der linker, wenn ich nicht mehr linke. Ich bin ja richtig hoch. So, und mal kurz auf L-Modus. So kann man also hier einfach nochmal stärker rekuperieren. Oder indem man natürlich den Pedal hier zieht. Übrigens, wenn ich gerade lenke und dann rekuperieren will, kann ich natürlich schlecht am Pedal ziehen. Wenn man jetzt hier so fährt. Das mache ich mal da vorne. Da ist nämlich jetzt hier zwischen ist ungleich. Ich weiß gar nicht. Keine Geschwindigkeitsanzeige gerade da. Und da vorne ist gleich 50. Dann kommt doch ein Ort. Dann kann ich natürlich hier, wenn ich jetzt den so rollen lasse, hier am Pedal ziehen und auf 50 abbremsen. Und das geht natürlich auch. Aber wie gesagt, also ich habe festgestellt, wenn man das Bremspedal drückt, dann rekuperiert er auch. Und bremst nicht gleich mechanisch. Ist also super. Ist funktioniert gut. Ja, jetzt wird mir hier die Hände ein bisschen wärmer. Ein Hand, Lenkradheizung ist super. Lassen wir mal ein bisschen an. Mal gucken, wie warm die wird. Und ja, jetzt ist hier eigentlich plus 50. Und von daher ist es set. Und 54, 52. So, hinter mir fährt gerade keiner. Da kommt ein Bus weiter hinten. Der rast auch schon daher. Hey, hier hält sich kein Mensch an die Geschwindigkeitsanzeige. Okay, wir fahren mal 52, 54. Dass die nicht ganz nervig werden, der Bus da hinter mir. Jetzt hat er so die Spur, die ich fahren will. Hier genau, so quer durch. Seht ihr es auch? Fast die Ideallinie. Wir werden aber da vorne auch... Ich muss mal überlegen, ob wir die B10 fahren. Weil die ist ja eigentlich 80. So, jetzt hängt hinter mir der Bus. Er will natürlich jetzt hier in diese Stadt fahren. Anfang hat 60. Mehr fahre ich nicht, Leute. Also, da ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung wegen erhöhter Unfallgefahr hier auf diesen Strecken. Und ihr seht ja auch die ganzen Dinger hier. Doppelte Striche und so weiter. Ich meine, okay, du bist spät dran da, du Bus. Zum Schulbus, keine Ahnung. Und hier vorne kommt eindeutig das Ortsschild. Da kann mir keiner sagen, dass man hier... Ja, so, Bremse. Okay. So, wir sind innerorts. Das ist eine 30er Zone. Also schalte ich mal hier gleich in meinen L-Modus. Weil ich muss dann immer Bremsen hier. So, was zeigt er mir eigentlich? Wir sind innerorts. Das hat doch irgendwie das Ortsschild nicht richtig. Na, da muss er halten. Ja, da stehen auch noch die Schüler. Bus fährt da raus. Kann ich 30 fahren mit dem Tempo-Marten? Ja. Nein, ich kann sogar unter 30. Guckt euch das an, 25 kann ich fahren. Mit dem Tempo-Marten. Das heißt, das Auto könnte jetzt selber... Ich mache nichts durch den Kreisel. Hier ist 30er Zone. Wird 30er Zone jetzt erkannt. Oh Mann, Leute. Jetzt habe ich euch so schön versprochen, dass er eine tolle Erkennung hat. Und jetzt hat er die gar nicht, ne? Also fangen wir mal 30 hier. Da ist das Schild. Jetzt Kamera. Zack, erkannt. Gut. Oh, ich bin ja froh. Jetzt seht ihr euch hier, dass das Auto ganz toll die Schilder erkennt. Und dann tut es das gar nicht. Also alle 5 Meter ist hier ein 30er Schild, weil da kommen lauter Straßen rein. Hier ist wieder eins, weil da kam auch einer rein. Ja, das ist Wernau. Narrenhochburg. Ne, hier ist auch katholisch. Deshalb schwäbisch-alemannische Fahrsnet, wie das da heißt. Das Lenkrad ist schön warm. Kann man noch so lassen. Würde ich sagen. Also hier los. Hier ist der Ton ausgegangen, merke ich gerade hier. Ich versuche noch mal ein bisschen was aufzunehmen. Klappt aber nicht. Weil Batterie-Layer. Oh, oh. Batterie ist immer entweder volle Pulle oder gar nicht. Hab da schlechten Ton heute. Gar nicht gut. Ich muss da vorne mal kurz anhalten und die Batterie tauschen. Ich bin ja so jemand, der eigentlich immer alles komplett möglichst am Strom anschließt. Hier im Auto. Damit das ja nicht passiert. Aber jetzt ist mir das glatt hier passiert, ey. Na, da kann man schlecht anhalten. Soll ich bei der Tankstelle anhalten? Könnte ich auch. Die totale Irritation des Tankstellenwärters? Nee. Wächt das. Aber hier. Da kann man kurz anhalten. Mache ich auch. Also. Schlechter Ton geht gar nicht, ne? Wie parke ich denn hier? Da ist ein Pfosten. So. Gucken. Wenn ich hier nirgendwo gegen fahre. Kommt ein Baum. So. Bleib mal kurz hier stehen. Parken. Oh, oh. Wo wollen die denn hin? Gut. Also. Wie sind wir denn überhaupt? 8,6 hier. Cool. Ich hoffe, ich habe hier eine Batterie drin. Unten ist einer. Es geht ja gar nicht schlecht. Der Ton geht überhaupt nicht, ne? Ich erinnere mich hoffentlich, dass die nachher hier Müll ist. Ja, der ist schon wieder ausgegangen. Oder war es zu kalt? Habe ich den hier drin liegen gelassen? Nö, eigentlich nicht. So. Das ist hier übrigens ein Zoom. Falls jemand interessiert. Zack. So, jetzt haben wir wieder einen richtigen Ton hier. Und den stelle ich mir hier neben. Und das hier packen wir mal kurz wieder weg. Sorry für die Unterbrechung. Ihr seid live dabei. Wollt ihr eigentlich nochmal das Equipment irgendwann dokumentiert haben? Wie hier mein Gesamtaufbau ist? Oder ist euch das wurscht? Ah, gut. Also. Ne, halt. Was mache ich denn? Da, die. So. Wir fahren weiter. Leider rote Ampel hier. Wir stecken noch in Wernau fest und wollen jetzt so quer durch. Das ist hier eigentlich die B10. Ich könnte aber auch die Nebenstrecke fahren. Ich fahre mal Maximum Nebenstrecke. Alles, was geht, um Strom zu sparen. Lenkradheizung ist an. Sitzheizung ist auf 3. 13 Kilometer sind wir gefahren. 8,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und, ja, sieht hier auch so aus. Durchschnitt von 12 zeigt er mir hier an. Seltsam. Wieso zeigt er mir da 12? Am Anfang hat er ja irgendwie was 16, knappe 17 Kilowattstunden wohl angezeigt, was er selber annimmt. Das ist wohl sein Durchschnitt, um auf diese Berechnung da zu kommen. Also, mysteriös. Immer wenn ich hier in meinen Carplay wechsle, geht der Sound wieder an von dem Fußgänger-Warnsignal. Das ist ja auch interessant. So, jetzt muss ich mal kurz entscheiden, wie ich hier fahre. Ich könnte da hochfahren und wieder runterfahren. Das mache ich ja oft. Mache ich heute nicht. Heute fahre ich mal geradeaus. Ich fahre ganz selten hier geradeaus. Kenne nämlich gar nicht aus. Bleibe ich nämlich auf der Ebene und habe hier nicht nochmal so Schwankungen. Ich fahre aber nicht die Bundesstraße, sondern ich fahre eine Nebenstrecke. Jetzt wollen wir es doch echt mal wissen hier. Super Eco. Ohne Heizung. Marcel von Clean Electric. Schöne Grüße. Es geht. Ja. Wir haben plus 5 Grad oder sowas. Wie kann ich das feststellen, indem ich hier mal auf Home gehe? Ja, plus 5 Grad. Und deshalb... Es ärgert mich auch, dass ich mal zweimal tippen muss. Ich will hier so einen Button, der sofort wieder auf die Navi wechselt. Habe ich nicht. Ja. Also, der Marcel vom Clean Electric Podcast. Der macht ja auch öfter solche super Eco-Trips. Indem er guckt, was mit seiner Zoe, glaube ich, was da so rauskommt. Und wie günstig man fahren kann. Und der hat auch genau diesen Modus, dass er langsam fährt, bedächtig fährt. Also, bedächtig heißt, dass man halt nicht so beschleunigt. Und dass er Heizung aus hat. Sitzheizung an. Sitzauflagenheizung hat der ja nur. Und Lenkradheizung benutzt, wenn man es braucht. So habe ich es jetzt auch. Ich mache sogar eine Reduktion jetzt hier mal auf zwei Punkte. Stufe 2 nur von der Sitzheizung. Ich merke es so ein bisschen. Aber der ist nicht übermäßig. Jetzt muss ich ja gar nicht mal gucken, wo ich fahren muss. Hier nicht, sondern demnächst. Gut. So, jetzt ist aber hier alles wieder an. Ton funktioniert. Super. Da fahren wir ab. Kommen wir so ein bisschen noch im Industriegebiet durch. Sonst würde ich da vorne nämlich schon auf die B10 fahren. Ich merke es schon hier, wenn ich den D-Modus anhabe, das ist ein bisschen nicht so ganz One-Pedal-Feeling. Also, das Auto hat relativ viele Pferdestärken. Nein, KWs. Ich weiß nicht genau, wie viel. Da muss ich nochmal nachgucken. Aber für so einen kleinen Wagen relativ viel. Bei Vollstrom, wenn man voll das Gaspedal, das Strompedal durchtritt, kommen die Räder so ein bisschen ins Durchdrehen. Vor allem, wenn man in der Kurve fährt. Das ist richtig so Sportwagen-mäßig. Das merkt man hier auch. Also, wenn ich hier auch in dem normalen Modus, wie ich ja jetzt fahre, so drücke, das Auto schießt schon richtig nach vorne. Ich kann das ja noch besser, noch mehr machen mit diesem Sportmodus. Das mache ich natürlich jetzt auf keinen Fall hier. Und deshalb passt so ein bisschen der L-Modus dazu, weil der dann genau dasselbe beim Loslassen nämlich auch macht. Das hat natürlich zur Folge, dass man hier ganz schön so wippt. Das mache ich mal auf D. Ja, da ist das dann beim Loslassen von dem Strompedal nicht ganz so schlimm. Ich weiß nicht, ob es auch Auswirkungen hat auf das Stromgeben. Das sollte eigentlich nicht sein. Das ist, glaube ich, nur, wenn ich den Sportmodus einschalte. Dann hat er auch noch mehr Power beim Beschleunigen. Ich habe ein Video gemacht, mal 0 auf 100 mit dem Auto oder mit so einem Auto. Das war der orange. Habe ich keinen großen Unterschied jetzt gemerkt zwischen den verschiedenen Einstellungen hier. Und jetzt Pedal ziehen. Und er rekuperiert bis zum Stand. Ja, sehr schön. So, wo wollen die hin? Nach da. Ich komme normalerweise von hier. Das ist die Nebenstrecke. Die geht so berghoch und runter. Das habe ich mir jetzt gespart. So, und jetzt fahre ich nicht da nach Plochingen rein. Das ist Quatsch. Wenn man hier lang, Plochingen, da ist ein Decathlon. Da habe ich schon mal zweimal jetzt geladen. Mit dem Model S war nicht so schön, weil ich konnte nur Typ 2 laden. Ich habe nämlich keinen Schademo Adapter dabei gehabt. Kann man aber Schademo laden. Der hat Typ 2, Schademo und CCS. Ich glaube auch alles mit 50 Kilowatt. Ladeleistung. Ich war mit dem Auto gestern dort. Da ist ja das passiert mit dem Display. Vielleicht fahre ich auch eine Rückfahrt nochmal jetzt heute dahin. Dann seht ihr das nochmal. Dann kann ich doch mit einbauen hier. Kostenlos. Decathlon ist so ein großer Sportartikel. Ne, Hersteller ist er nicht. Ist ein Sportartikel-Laden, aber riesig. Ist, glaube ich, mit der größte hier. Bei uns hier in Plochingen. Hat, glaube ich, auch Versand und allen so ein Zeugs. Und deshalb danke an Decathlon für diese Schnellladesäule. Parkplätze etwas knapp. Also man muss ein bisschen gucken zum Reinrangieren. Vor allem, wenn daneben noch Verbrenner stehen im nächsten Parkplatz. Aber super, dass so ein Laden hier eine Schnellladesäule aufgestellt hat. Also ab hier, ab Esslingen so, kurz vor Stuttgart, ist es ganz gut mit dem Laden. Das ist so die eine der wenigen Ladestationen, Schnellladestationen, die bei mir auf dem Weg sind. Und der andere da, Grübingen. Oh, ich wollte doch gar nicht auf die B10 fahren. Mal gucken, wie ich hier wieder wegkomme. Ich fahre hier raus. Ihr seht schon, vor lauter Quatschen fahre ich falsch. So. Diesel-Lock. Nächste Problem. Nicht alle Lokomotiven sind elektrisch. Es gibt auch Diesel-Lokomotiven. Die sind, glaube ich, ganz schlimm. Feinstaub und Co. Weiß ich gar nicht. Und Schiffe haben wir da unten auch. Das ist der Neckar übrigens. Ja, also Decathlon positiv, Schnellladesäule aufgestellt mit zwei Plätzen und den Anschlüssen. Und alles kostenlos. Man muss sich zwar authentifizieren mit irgendeinem Plug-Surf oder was man halt so hat. Aber es ist wohl kostenlos. Ich hoffe das, sonst kriege ich jetzt eine immense Rechnung. Na, ich stand da mal eine halbe Stunde oder so. Ne. Das Auto lädt am CCS übrigens defaultmäßig auf 80%. Und dann kommt auf dem Display, so, du könntest jetzt jederzeit ausstecken. Und aufhören. Er lädt aber, glaube ich, weiter. Ich will das nochmal probieren, ob er den auf 90% oder 100% dann auch im CCS auflädt. So, wir fahren jetzt hier ein bisschen Nebenstrecke. Ihr seht es da. Er will aber immer, dass ich da zurück auf die B10 fahre. Mache ich nicht. Ich fahre jetzt hier nebenlang und komme dann auch zu meinem Ziel. Nicht ganz so, wie man hier seht vielleicht, wenn ihr es seht. Sondern ich muss da hinten dann schon den Berg hochfahren. Das ist nicht zu vermeiden. Da gibt es dann keinen direkteren Weg mehr. Aber zumindest so zwischendrin. So. Wir sind hier in der 50er. Da vorne kommt das Ortsschild. Der Ort hat hier, glaube ich, keine 30er-Zone. Was ist denn das überhaupt hier? Das ist jetzt Deitzesau. Deitzesau ist bekannt von Industrieanlagen hier aus früheren Zeiten, sage ich immer so. Die haben jetzt sehr viel, so Müllverbrennung fängt hier schon an und diese Schrottaufbearbeitung hier. Und früher war hier modsmäßig was los, weil immer am Neckar da auf den Schiffen viel transportiert wurde. Wird jetzt auch noch, man sieht da noch einiges hin und her fahren. Also bis hier wird bisher der Schifffahrtsverkehr auf dem Neckar ganz schön noch in Betrieb. Ja, das war hier mal früher alles so richtig industriemäßig. Jetzt ist das eher so Schrott- und Müllhandel, habe ich manchmal das Gefühl. Obwohl hier ziemlich viele LKWs immer rumstehen. Ja, also dieser Decathlon, wie gesagt, der hat so eine Schnellladesäule und der Aldi in Esslingen auch. Da war ich noch nicht, weil der nicht so auf meiner Route liegt. Müsst ihr aber mal checken, ob das auch geht so vom Anfahren. Muss ich mal checken. Also der hat eine Schnellladesäule. Und dann ist ja mein Rastplatz da Grübingen. Und da fahre ich dummerweise dann ein Stück weiter und muss da auf der Autobahn ja so doof umdrehen. Und deshalb ist das nicht so ganz ideal. Da fahre ich im Grunde 15 Kilometer hin. Oder ne, 7 Kilometer hin und 15 und wieder zurück. Oder insgesamt 15, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall viel zu viel. Geht zwar einen Berg runter, da kann man fast gegen Null die Energie mitnehmen. Aber das ist natürlich ungünstig. Und deshalb, der Decathlon liegt so ein bisschen auf dem Weg. Das Dumme ist nur, da hat es nirgendwo was so ein... Also im Decathlon-Riesenladen hat es keine Möglichkeit, irgendwie mal Kaffee zu trinken oder so. Ich glaube vor der Tür steht gerade so eine Imbusbude. Aber eigentlich ist das nicht so genial. Also doch, 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 30er Zone hier, wie ich gerade sehe. Gut, fahren wir halt 30. Also Lenkradheizung ist an, Sitzheizung auf 2. Sonsten habe ich nichts an. Fußraum wird gerade ein bisschen kalt. Und wir sind weiterhin, Status, bei 6 Grad Außentemperatur hier. Und sensationeller Verbrauch, ne? 9 Kilowattstunden. Boah, das Auto ist doch gut. Ja, aber Heizung komplett aus. So, jetzt ist die Frage, gibt es irgendeine Stufe dazwischen Heizung an? Aber nicht ganz auf volle Pulle oder nur Driver-only oder irgendwie gibt es da noch einen Trick. Das ist jetzt die Frage. Das muss man sich dann nochmal angucken, ob ich irgendeine Einstellung hier finde, die mich nicht ganz so frieren lässt, aber trotzdem effizient ist. Also hieran seht ihr jetzt, wie viel Energie diese Heizung frisst hier. Wahnsinn. Ich hatte ja gedacht, so 5, 6 Kilowatt oder so was, oder vielleicht 4 bloß. Es scheint da viel mehr zu sein. Ah, hier, Warnsignal vom Fußgänger. Habt ihr gerade hier mal unten links gesehen. Der Fußgänger ist nämlich rüber gelaufen. So sieht das aus. Da vorne wird normal auch was eingeblendet. Oh, ich habe jetzt meine Einstellung nicht gecheckt. Gestern hatte ich mal das Handbuch da und habe gedacht, müsste man die Einstellung checken von dem Head-Up-Display da. Da ist vorne so ein Head-Up-Display mit drei so LED-Punkten. Wo man diesen Annäherungs-Alarm, sozusagen den Notbremsalarm sieht. Bei Fußgängern oder irgendwelchen Hindernissen vor dem Auto. Das habe ich jetzt selber noch nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob es an ist. Ich sehe da zwar das Loch, wo das drin ist. Aber ich habe noch nie die LEDs gesehen. Der Stefan vom Strominator, der hat ein Video gemacht mit dem Ampera E. Da haben sie das gezeigt. Da verlinke ich mal, wenn ich es finde. Da hat er da die LEDs gezeigt, dass die da angehen. Wenn man da vorspringt, glaube ich. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Da muss man mal gucken. Jetzt hat er die Nebenstrecke hier auch. Ein bisschen stockender Verkehr. Wir sind eh bloß auf 30. Jetzt ist eine 50er, glaube ich, oder da vorne ist. Da drüben ist die B10. Da könnte man 80 fahren. Hier kann man, glaube ich, plus 70 fahren. Das ist aber alles in Ordnung. Da kommt noch ein Fußgänger. Da wird nicht erkannt. Ich weiß nicht, in welchem Bereich er hier die Fußgänger erkennt. Ich hatte aber schon gesehen, dass er auch Fußgänger schon mal erkannt hat, die so neben mir liefen. So, ich bin außerorts. 50. 50 wurde erkannt. Hat keinen Sinn, hier gerade Tempomaten einzuschalten, weil der leider nicht adaptiv ist. Und ich jetzt hier nämlich schon wieder auf einen vorausfahrenden drauf fahre. Hier ist 70. Ich sage ja immer, Leute, warum habt ihr das nicht reingebaut, den adaptiven Tempomaten? Weil ich zeige euch mal was. Hier ist nochmal das Schild. Und das hier ist der Abstand zum Vordermann. Ich fahre mal ein bisschen auf den dran. Wie viele Sekunden der praktisch vor mir fährt. Das heißt, das System hat so ein Radar drin, Abstandsradar nach vorne. Vermutlich auch wegen dem Notbremsassistenten. Sie haben es nur leider nicht mit dem Tempomaten verbunden. Ich hoffe auch weiterhin auf ein Software-Update, dass sie das noch reinbauen. Nichts angekündigt in der Beziehung. Schade, schade. Ich habe hier die sogenannte First Edition. Das ist das Fahrzeug, was zum Leasing, glaube ich, ausgeschrieben war. Also das allererste Fahrzeug. Das sind nicht die Fahrzeuge, die... Gelb, ich darf noch... Die jetzt gerade verkauft werden. Da gibt es eine Variante, beziehungsweise zwei Varianten. Die haben... Ich weiß nicht, was die noch mehr drin haben. Also die... Ich glaube nicht großartig war es. Das ist ein bisschen in der Ausstattung hier so. Es kommt aber noch im... Spät 2018 kommt noch eine Variante, die hat diese... Wie soll ich es nennen? Virtuelle Rückfahrkamera. Das ist nicht das Display hier oben. Das hatte der... Hat der Bolt in USA drin. Das hier auch als Display funktioniert. Das konnte man dann so umschalten hier irgendwo. Und dann ging der auch als Display. Und da hat man praktisch direkt hinten rausgeguckt mit einer Kamera. Und nicht... Den Rückspiegel, einen richtigen Rückspiegel gehabt. Weil ich sehe jetzt natürlich die Sitze. Und da hat man dann hinten praktisch direkt rausgeguckt. So... 180 Grad fast. Das ist natürlich eine super Sache. Und irgendwie mit den Kameras, die da verbaut sind... Kriegt man scheinbar auch nur mit der Rückfahrkamera irgendwie hin. Und der vorderen hatten die so ein virtuelles Rundumbild beim Rückfahren gemacht. Sodass man genau die Hindernisse sieht. Das ist bei vielen Autos inzwischen so drin. So ein BMW hat das. Und auch andere neuere haben das. Auch bei Opel hat das einen dieser Crosslander, glaube ich. Der hat das. Und das sollte hier... Das soll hier in dem auch noch kommen. Das ist sowas, was wohl Opel in sämtliche Autos reinbauen will. Diese Rundumsicht noch. Und so steigt mein Verbrauch jetzt eigentlich. Bin ich bei 9,8. Was ist denn los hier? Aber immer noch unter 10. Das ist doch Wahnsinn. Naja. Also das kommt noch. Und dann seltsamerweise ist das Auto günstiger. Ganz komisch. Also das, was eigentlich die Mehrfunktion hat, ist plötzlich günstiger. Da müssen sie irgendwas anderes wieder rausgebaut haben. Und ich habe nichts gesehen, dass sie einen adaptiven Tempomaten nachrüsten wollen. Ey, das ist ein adaptiver Tempomat. Und das Auto wäre echt sofort meine Wahl. Ja. Sag ich mal so lapidar jetzt. Also diesen komischen hier. Ich schalte es mal an und aus. Hier, ihr seht das gerade. Das ist dieser Spurhalteassistent. Den brauche ich gar nicht. Das ist hier ganz, ganz wenig. Im Ioniq war es ein bisschen mehr. Und erst im Model S funktioniert es dann eigentlich richtig. Das brauche ich nicht unbedingt. Also lenken kann ich ja noch. Aber der Abstand halten. Also das will ich. So, jetzt. Wir sind bei 9,6 und ich muss den Berg hochfahren. Schaffen wir es, unter 10 Kilowattstunden zu bleiben? Ich weiß es nicht. Ich vermute aus der Erfahrung, wir werden knapp drüber liegen. Aber schauen wir mal. Ich fahre jetzt hier mit 50 da hoch. Oder, naja, Strom sparen. Hinter mir ist niemand. Also muss ich hier nicht mit 50 hochfahren. Ich will ja super öko fahren. Aber Leute, jetzt sind wir bei 9,9. Ich fahre da oben aber noch durch den Ort ein bisschen. Aber auch wenn das jetzt 10 wären. Und ich bin normalerweise so knapp unter 20 hier unterwegs. Okay, ich bin ein bisschen schneller gefahren. Und hatte die Heizung an. Aber dass das so viel ausmacht, das ist ja Wahnsinn. Also die Heizung vor allem macht wahnsinnig viel aus. Das ist ja... Keine Wärmepumpe. Ja, keine Wärmepumpe. Kann gar nicht anders sein, weil so ein hoher Verbrauch... Also da müsste Opel echt auch nachrüsten. Eine Wärmepumpe rein. Ich weiß nicht, ob man da irgendeine Chance hat, was nachzurüsten. Hier drehe ich mal am Wind. Helligkeit kann ich gerade nicht. Dunkler geht es nicht. Ich hoffe, das überstrahlt nicht. Also das weiß ich nicht, was hier los ist. Jetzt sind wir bei 11,4. Aber jetzt komme ich ja hier oben in meine 30er-Fußgängerzone wieder. Kann ich eigentlich noch was ausschalten? Ich könnte das ganze Display hier ausschalten, hier drüben noch. Ich glaube, das Radio ist auch in irgendeinem Sparmodus. Aber das habe ich... Das könnte ich auch auf komplett ausschalten. Ein bisschen was kann ich sogar noch schalten, fällt mir gerade ein. Aber eigentlich nur noch minimal. Also echt, wenn ich jetzt Radio ausschalte und noch das Handy nicht auflade... Also irgendwann ist ja echt mal Ende mit dieser Sparerei. Ich zeige es euch jetzt einfach nur, dass ich große Verbraucher... Also wie gesagt, hier die Heizung ist wohl der größte Verbraucher. Und moderat Strom geben, wo ich mich jetzt gar nicht so 100% darauf konzentriert habe beim Fahren, weil ich zu viel mit euch geschwätzt habe, diskutiert habe. Also die Heizung ist ja der Wahnsinn hier. Ich bin ja... 11,5 ist immer noch ganz toll. Ich fahre langsam durch den Ort. Also die Fußgänger gucken so ein bisschen. Ich meine, das Auto sieht ja aus wie ein normales Auto und Opel steht dran. Gut, wer sich jetzt nicht mit der Palette so auskennt hier mit den Fahrzeugen, der merkt das dann vielleicht gar nicht. Dass es leise fährt oder dieses komische Geräusch von sich gibt, ist dann auch eine andere Sache. Sie gucken schon manchmal, was ist denn das für ein Auto. Das merke ich schon. Die Polizei interessiert sich nicht für mich. Weil es vor allem wahrscheinlich auch von außen relativ lautlos fährt. Und wenn man ins Gespräch kommt, ich kam neulich mit jemandem ins Gespräch, weil ich hier wegen unserer Ladesäuleinweihung da ein paar Leute angesprochen habe, wo ich Elektroautos gesehen habe bei denen. Also äußerst positiv gerade. Alle sind auch total, also nie wieder Diesel. Ich fahre schon lange keinen Diesel mehr. Oder mein letzter Diesel ist das jetzt. Ich gucke gerade, dass ich ihn loswerden will. Also absolut positive Diskussion gerade um diese Dieselgeschichte hier bei uns im Raum, weil wir total betroffen sind. Und ganz positiv auch gegenüber Elektroautos. Da muss man jetzt echt informieren. Viele haben auch so weiterhin dieses 150 Kilometer kommen. Die ist das nicht ein bisschen wenig. Je nach Fahrprofil ist das ja auch zu wenig, sage ich selber. Also da sehr positive Diskussion gerade. Ich kriege ihn nicht runter. 11,5 sind wir und ich muss noch im Parkhaus fahren. Also lange Strecke jetzt hier unter 10 gehabt. Und ich bin eigentlich nicht wirklich langsam gefahren, muss man ehrlich auch sagen. Ich bin ja die Nebenstrecke gefahren, der man halt 50, 70 fährt. Uhrzeit. Achte. Ankunft 8 Uhr, das ist eine Stunde Fahrzeit. Oh, oh, ein bisschen weniger. Ja, ich glaube so 50 Minuten. Müsste ich nachher mal genau checken. Zeigt euch ja leider nicht mit an. Ich hatte schon mal gecheckt, diese Nebenstrecke kostet ein bisschen Zeit. 10 bis 10 Minuten, je nachdem wie es ist. Kann auch schneller sein, wenn Stau ist natürlich auf der Autobahn oder auf der Bundesstraße. Ansonsten ist sie tatsächlich ein bisschen länger vom Fahren. Ihr seht es jetzt, nö, gar nicht mal 24. Kann ja auch nicht sein, ist ja die direkte Strecke. Normal fahre ich 30 Kilometer. Also über die Autobahn fährt man 30 Kilometer. Aber ich fahre länger. Sagen wir mal, für 30 Kilometer 45 Minuten, 50 Minuten, das ist schon die Frage. Wenn draußen auf der Autobahn nichts los ist, ist man fast in einer halben Stunde hier. Aber was bringt das immer? Aber gut, das sind 15 Minuten, 20 Minuten, das ist der Unterschied. Energiebilanz, bin in den letzten zu schnell gefahren, nein, ich bin den Berg hochgefahren. Deshalb habe ich mehr Verbrauch gehabt. Vielleicht sollte ich die Strecke über die Autobahn fahren und dort auf der Autobahn nur 60. Nein, das machen wir nicht. Wir wollen kein Verkehrshindernis sein. Wenn man langsam fahren will, dann Nebenstrecke. So, wir sind in dem Parkhaus. Ich kann leider nicht an die Ladesäule fahren, weil die ist nur für Kunden. Das ist auch hier nichts frei, ich bin zu spät dran. Heute ist zwar Freitag, aber nein, mit den unteren Plätzen nichts frei. Also bei dem Auto muss man nicht gucken, wo man einparkt, das ist schmal. Kein Problem. Ich fahre trotzdem vielleicht mal weiter oben. Ja, es ist trotzdem so, dass natürlich, es ist ja jetzt ein Mietwagen, da möchte man natürlich nicht, dass jemand einem die Tür da ran rammt. Also gucke ich eher, dass ich so oberen Parkdecks parke, wo dann nicht mehr so viele Leute parken. Dann müssen sie nämlich direkt neben mir parken und eher im Randbereich. Ich hoffe, das Ding hier, jetzt bin ich schon bei 11,8. Oh Mann. Trotzdem, also Leute, sensationeller Verbrauch, wenn ich hier, ein bisschen heller, mal das Display machen, wenn ich hier die Heizung ausmache. Wahnsinn. Opel, GM, was habt ihr da für eine Heizung eingebaut? Ist das ein Tauchsieder oder was? Wahnsinnsverbrauch. Das ist auch eines der Probleme von Elektroautos. Der Motor erzeugt keine Wärme, wie beim Verbrenner. Ich kann also die Heizung nicht direkt da abgreifen. Genauso das Aufladen von der 12-Volt-Batterie ist auch so ein Problem. Und deshalb muss ich eine andere Heizung entwickeln. Ich muss mal eine andere Strategie entwickeln, wie ich die 12-Volt-Batterie, wenn ich eine habe, überhaupt auf Niveau halte. Das weiß ich gar nicht, ob das Auto eine hat. Ich vermute schon. Meistens ist das dann so noch gemacht. Wie sieht es hier aus mit dem Parking hier oben? Sehr gut. Ich kann hier auf meinem Lieblingsparkplatz sogar parken. Und das ist der hier nämlich. Hier. Das ist nämlich direkt am Ausgang. Da parken eh wenig Leute dann auf dem zweiten. Vor allem, wenn da schon einer steht. Und man kann hier etwas auf die Sperrfläche stehen. Oder ziemlich knapp dran. Er piepst mir hier ziemlich laut. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier besser ziele noch. Wo ist denn da die Linie? So. So. Okay. Abstand nach vorne. Also es steiltet sich automatisch ein. Jetzt ist er auf rot. Jetzt können wir vorne auch mal gucken. Und ich mache mal hier parken. Boah, der Ton ist ja echt laut. Aber das ist, glaube ich, die leiseste Stufe vom Ton. Handbremse noch anziehen. Parkbremse. Gut. Zwölf. Wir sind genau bei zwölf Kilowattstunden. Wahnsinn. Wahnsinn. Zwölf Kilowattstunden. Zwölf Kilowattstunden. Ich glaube es nicht. Super Ergebnis. Tja. Jetzt gehen wir ein bisschen schaffen. Wie man es hier heißt im Schwäbischen. Und dann fahren wir die Strecke nochmal zurück. Und machen auf der Rückfahrt kurz halt beim Decathlon. Aber schauen wir mal, auf was wir das retten können. Die zwölf Kilowattstunden hier. Ohne Heizung. Leute. Die Heizung ist das Problem. Eindeutig. Das Auto hätte sonst einen super Verbrauch. Das heißt aber auch für mich, sobald ich die Heizung nicht brauche, der Übergangszeit, teilweise vielleicht im Sommer, wenn es nicht ganz so warm ist. Und ich nur die Lüftung vielleicht brauche oder sowas. Wäre das Auto wirklich super. Guck mal, jetzt komme ich noch 200 Kilometer. Ich weiß nicht, wie viel Prozent wir haben. Ich check das nochmal für euch. Zack. Handy. Bleibt dran. Ich checke mal kurz in der My Opel App. Da kann ich nämlich hier auch gucken, was die Reichweite ist. Und ich sollte jetzt mir mal aktualisieren hier. Sekunde. Ich drücke immer, man denkt, es tut nichts, aber es tut doch was. Wir sind losgefahren mit 74 Prozent. 236 Kilometer. Und jetzt sagt er mir, ich würde 245 kommen. Ich habe was dazu bekommen. Akku ist aber weniger. Also 74 Prozent, weil das ist die Reichweite, wird natürlich nach meiner Fahrweise berechnet. Ich mache mal eine Aktualisierung. 74 Prozent sind wir losgefahren. So, wir sind bei 69. Also wir haben 5 Prozent verloren. Und 245 gibt er mir jetzt an. Das ist aber schon nach der neuen Verbrauchsberechnung. Also das ist natürlich eine tolle Sache. Ich weiß nicht, ob man es sieht hier. Ja. Cool. Super. Und bis gleich. Ja, ich wollte euch kurz zeigen, wie der Abstand ist, wenn er vorne auf rot geht. 30, 40 Zentimeter hat er da noch. Also, wenn man da anhält, ist gut. Steht man nicht ganz so knapp dran. Was ist da los? Ja. Dann mal bis nachher, würde ich sagen. Da sind wir wieder. 12,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Mal sehen, ob wir die ins Ziel retten. Dazu fahre ich jetzt mal per Zeitraffer zur Ladestation beim Decathlon. weiter geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Deshalb warte ich hier mal ein bisschen, bis er aufgeladen hat Also während ich hier beim Decathlon warte, gehe ich doch mal rein und zeige euch mal den Laden Das ist ein riesen Sportladen Nur mal so als Dank an Decathlon wegen dem kostenlosen Strom Hier kostenlose Werbung von mir Hier gibt es faktisch alles. Skiabteilung. Hier kriegst du aber alles. Endlose Reihen hier von Makulial. Hier gibt es Fitnessgeräte. Die gibt es hier auch. Ich glaube, ich habe jetzt mal einen kleinen Einblick gehabt hier. Und ich gucke mal nach dem Auto. Ich weiß gar nicht, wie ich es nicht mehr haben kann. Ja, die Ladesäule ist hier ziemlich am Eingang. Ganz vorne rechts. Leicht zu finden, wenn man weiß, wo. Wenn man ordentlich packt, passt auch ein zweites Auto hin. Hier sieht man ganz deutlich, dass der Ampera-E gar nicht so groß ist. Stehen jetzt ein paar kleinere Autos daneben. Sieht richtig mickrig aus. Aber super, dass das Decathlon hier macht. So, ihr solltet es gleich plopp machen. Dann kommt eine etwas seltsame Anzeige. Also bei 80% habe ich jetzt bei meiner Fahrweise 290 km. Das ist aber immer abhängig davon, wie der letzte Verbrauch war. Zack, so sieht es aus. Und jetzt läuft er irgendwie weiter. Man sieht auch schon, er ist auch schon längst über 80% laut seinem Balken hier. Und jetzt läuft er noch irgendwie weiter rein und lädt. Und ich lasse ihn jetzt einfach auch mal laufen. Ich kann in der Online-App, glaube ich, sehen, wie viel er wirklich hat. Also hier auf der Mobile-App zählt er jetzt auch weiter hoch. 81% habe ich schon. Allerdings hat er hier 293%. Das ändert sich natürlich jetzt ständig. Ich muss hier eigentlich immer Update machen. Und dann macht er ein Reload vom Auto. Das Auto ist ja hier online verbunden mit dem OnStar. Und dann funktioniert das auch. Zack, seht ihr, jetzt habe ich es hier auch. Okay, lassen wir mal weiterlaufen noch. Derweil widme ich mich hier nochmal meinem Displayproblem. Weiß ich ja jetzt von gestern, was das Problem ist. Also kann ich hier mal im Handbuch, da habe ich mir nämlich schon extra einen Merker reingemacht. Hier ist der Sicherungskasten, naja, die Zeichnung davon. Und gestern haben wir Sicherung 35, Instrumententafel 1 und Sicherung 28, Instrumenten 2 mal rausgezogen. Und auch die 36, weil die hat mein Händler gesagt, das wäre eigentlich diese Instrumententafel. Ich bin nicht ganz sicher. Die haben wir zuerst rausgezogen, dann die und dann die. Hm, jetzt ist die Frage, was 1 und 2 ist. Ich würde sagen, 1 ist eigentlich, das ist beim Fahrer und 2 ist das andere. Also würde ich jetzt mal versuchen, 28 rauszumachen und wieder reinzustecken und dann zu gucken, was passiert. So, die Sicherungen sind da. Die geht nicht so einfach auf. Und ich warte ja hier auf 36, 35. 35, 36, beziehungsweise ich wollte die 28. Die ist da oben. Also, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, die da. Aber die kriege ich so jetzt nicht raus hier. Brauche ich so eine Zange oder irgendwas. Aha, von wegen. Jetzt habe ich sie doch mal rausgezogen. Und wieder rein. Das Display läuft noch. Und ich schalte hier mal ein. Nö, keine Veränderung. Das ist nicht die richtige, dann ist es die andere. Ah ja, hier seht ihr es übrigens jetzt. Wir sind bei 90%, 10 Kilowatt zieht er noch. Na gut. 332 Kilometer bei 90%. So, wir haben jetzt 350 Kilometer geladen. Und die Anzeige ist jetzt schon bei 100%. Stimmt aber nicht. In Wirklichkeit sind es 97. Ich kann auch noch mal hier einschalten. Dann seht ihr die Ladeleistung. Sekunde. Da rechts noch 8 Kilowatt. Okay, lassen wir ihn noch ein bisschen laufen. 7, 8 Kilowatt. Ich will das Ding jetzt mal auf 100% haben, damit er da einen ordentlichen Reset macht. Also, wie gesagt, hier in der App zeigt er das dann noch richtig an, die Prozente. Kann man sich mit behelfen. Im Auto wüsste ich nicht, wo er es anzeigt. Geht, glaube ich, nicht. Also, wie immer, bei so einem Test ist er immer plötzlich bei 100%. Und man sieht nicht mehr, was man kurz vorher hatte. Deshalb checken wir das mal kurz hier. Wir laden nämlich seit 71 Minuten. Sind bei 97%. Der wird wahrscheinlich bei 100% dann einfach abbrechen. Also, das merken wir uns mal hier. 71, über eine Stunde und 11 Minuten schon. Oh, oh. Aber jetzt ist was Leltsames passiert. Jetzt zeigt er mir hier an, dass er voll ist in der App. Aber lädt noch irgendwie. Also, das Auto lädt weiter. Ist das jetzt die Bergabfahrreserve oder was? Also, hier in der Anzeige sieht man ja knapp, dass da hinten noch ein bisschen Luft ist. Da könnte er noch was anzeigen. Sehr seltsame Anzeigen hier. Ich glaube, da hat noch nie jemand von den Softwareentwicklern das mal auf 100% laufen lassen. Weder hier in der App noch hier drüben. Weiß auch nicht. Es gibt so eine Bergabfahrreserve. Ich glaube, die hatte ich aber nicht aktiviert. Weil dann lädt er nämlich nicht richtig voll. Da muss er ja ein bisschen was im Akku Luft lassen, damit man noch rekuperiert, wenn man den Berg runterfährt. Also. Mal sehen wir mal was auf der Ladestation. Hm, 98. Ich lasse ihn mal weiterlaufen. Also eigentlich, laut App ist er voll. Laut Ladestation noch 2%. Die schaltet dann sicher ab hier. Ich schätze, 355 bekommen wir. 6 Kilowatt Ladeleistung noch. Ups, ich war zu langsam. Er hat die Anzeige ganz schnell weggemacht. 362 Kilometer bei 100% haben wir jetzt. Das haben wir richtig 100% erreicht. Okay, ich stöpsel mal ab. Das System ist hier gesichert. Das kriege ich jetzt hier nicht so leicht auf. Ich gucke mal, ob ich das über meinen Schlüssel entsichern kann. Eigentlich muss ich das vorne über die Ladestation machen. Schlüssel. Doch, geht. Ich muss mich also nicht um die Ladesäule hier kümmern. Die ist auch, glaube ich, schon weg. Habt ihr noch irgendeine Anzeige? Ne, der hat hier aufgehört. Okay. Wir waren ja hier drüben. Nichts mehr da. Okay. Ja, dann vielen Dank für die Energieriegel hier bei Decathlon. Und wir fahren mal weiter. So, vorher machen wir hier aber sauber wieder zu. Ey, das Seltsame ist, dass jetzt der Bildschirm plötzlich wieder funktioniert. Ich glaube es nicht. Tatsächlich, ohne dass ich was tun musste, geht der Bildschirm jetzt wieder. Aber es ist ja mysteriös. Aber ist der Bildschirm praktisch bei CCS-Laden aus? Das muss ich dann an anderen Ladesäule einfach nochmal probieren. Inzwischen weiß ich auch, wie ein Reset geht. Scheinbar, wenn man diese beiden Tasten hier drückt gleichzeitig, den Home und den schnell vorwärts. Das muss ich auch mal testen. Vorher aber mal hier den Check. Jetzt müsste er ja hier mir sämtliche Statistiken irgendwie geresettet haben. Hat er auch? Ah ja, gut. Okay, und jetzt können wir mal gucken, wie wir dann hier mit den ganzen Daten in der nächsten Fahrt so zurechtkommen. Wir haben immer noch unsere 10,8 hier draufstehen und ich versuche die jetzt ins Ziel zu retten, also bis nach Hause. Das fahre ich nochmal für euch in Zeitlupe. So, da sind wir wieder und wir haben 12,5 Kilowattstunde auf 100 Kilometer ins Ziel gerettet. Ohne Heizung, bisschen Sitzheizung, aber sonst nichts. Und kurz mal die Lenkradreizung. So, hier nochmal unsere Informationen, so wie wir gefahren sind. Ihr seht auch hier den Durchschnitt da. 12,5 irgendwo dort vermutlich. Und ich habe jetzt die anderen Daten, die sind natürlich alle geresettet, weil ich ja vollgeladen habe. Ja, und da sieht man jetzt nämlich auch, dass hier die Klimaeinstellung komplett auf 0 ist, da wir ja ganze Klimaanlage aus haben. Warum ich jetzt immer noch minus 0,5 Punkte habe, das ärgert mich ein bisschen. Wahrscheinlich muss man gucken, die Außentemperatur ist nicht ideal. Das Gelände war nicht ideal. Okay, ich bin rauf und runter gefahren. Das werden wir mal die nächsten Tage noch ein bisschen beobachten. Ja, das war es jetzt. Meine super Öko-Fahrt mit Abenteuer. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, das war es jetzt. 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 Vielen Dank.